Ich kann gar nicht bauen, ich wollte gerade leinten sehen. Ich kann auch nicht bauen. Ich kann abbauen. Ich habe einen runter gehackt. Auf einen Dreißiger. Wo seid ihr? Ich bin jetzt in der Mitte. Hey, hier ist mein Zwilling. Hey, ich habe meinen Zwilling. Wo seid ihr denn? Hier unten kann man nicht bauen. Man kann nur hier außen bauen. Ich dachte, du kommst hoch. Ah, okay, man kann außen bauen. Nein, ein Dreißiger. Nee, ich kann auch nicht außen bauen. Können wir durch das Popcorn? Oh mein Gott, es geht los. Es geht los. Ich habe Angst. Ich gehe da hin. Ich gehe da rein in die Olga. Ich gehe da rein in die Olga. Ich bin auch drin. Ich bin reingefallen. Nein. Nein, nein, nein. Hä? Was? Astral. Astral Körper. Es gibt eine neue Map. Kappa. Neue Map. Ah, ich gehe da rein. Mein Drache sieht so lecker aus. Mein Drache sieht so lecker aus hier. Ey, wisst ihr, ich weiß was das ist. Ich glaube, man kann die Sachen wählen, was sie dann spielen. Ach so. Ah. Oh, Jump Gun. Jump Gun. Fluchzeuge. Aber wo seht ihr das? Fluchzeuge. Nein, das Maul. Ach so, gar. Ey, man kann da schaden werden. Jump Gun. Man kann da schaden werden. Ab an die Tamigun. Ab an die Tamigun. Tommy Gun. Das ist wert. Oha, keiner will das Bounce Bat. Tommy Gun. Tommy Gun. Die Bohrmaschine. Das ist auch geil. Mann, alle zum Flieger eigentlich. Flieger, schön. Hä? Bist du behindert? Also ich will für die Tornigun. Bist du behindert, Junge? Tommy Gun. So viel, man kann nichts dagegen machen. Flugzeuge zu schlimm, so was gibt? Aber wir werden safe. Wir werden safe, ne? Also safe. Boah, Alter, guckt euch mal. Warum ist hier mit dem Stuhl? Schaden. Warum ist hier so ein Tisch mit dem Stuhl? Fragezeichen. Weil die da nicht unterhalten, was wieder zurückkommt. Wo? Ach so, hier ist das Voting. Hier ist die Jury. Ich setz mich mal hin. Oh Gott. Das ist halt echt Symbol. Er ist einfach mein Zwilling. Hast du ihn auch? Bitte, bitte, bitte. Alle sind an der Tommy Gun. Oh, er hat ihn auch. Er ist auch OG. Junge. Ey, ja. Ey, komm mal kurz zu mir. Richtung Tisch. Guck euch einfach an meinen Zwilling. Nein, ich bin... Hä? Guckt wenigstens. Lisa. Ach so, ne. Ich dachte, wenn man es kaputt macht. Sehr gerne. Guck mal, einer hat bei Bounce Pads. Äh, Bounce Pads. Rausgleich. Ey, das geht fast kaputt hier, ne? Oh mein Gott, was? Aber es sind nicht nur die... Ey, komm, die alle die Tommy Gun wieder haben wollen. Krass. Wie das aussieht. Wie so'n... Wie so'n Haufen Ameisen an Honig dran oder so, Alter. Das ist Tommy. Ich mein's ernst. Es ist der Boat. Ja, nee. Was denn sonst? Hä? Jungs. Krass. Ey, aber voll gut gemacht irgendwie. Von denen. Ja, clever. Also, das ist ne gute Idee. Bei den Turnieren, die Tommy Gun wird so abfacken. Guck mal bei Bounce Pads an, wie er sich Mühe gegeben hat. Ja, und... Nein, das ist aber allgemein. Ich glaub, auch die anderen Maps, das ist alles hier allgemein so, wird alles zusammengezählt. Denk ich mal. Aber wird's langsam Zeit, meine Hacke geht gleich kaputt. Oh, das ist fast kaputt. Es ist da. Es ist da. Jetzt fertig. Fertig. Ui. Ich bin der Erste hier. Was? Ich bin der Erste. Ei, 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 ei. Tommy Gun. Tommy Gun. Wuhu. Sie geil. Sie geil. Was ist jetzt daran geil? Das ist jetzt geil. Alter. Wie geil. Jungs, ich liege. Jetzt sind Tommy Gun wieder da. Jetzt alle mit Tommy Gun. Ich glaub auch. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Töte geht kaputt. Töte geht kaputt. Oh mein Gott. Alle hin, ja. Ich hab's ja so hochladen auf YouTube. Easy Upload auf YouTube. Wohin, wohin. Ja, wird's halt. Ja, safe. Nein. Nein, das fliegt, das fliegt. Oh mein Gott. Retail. Retail. Ey, Retail und Töte. Wohin. Nein. Also ich hab gehört, Töte und Retail. Wenn jetzt so ein Retail kaputt ist. Was, warum ist das Töte? Ja, komm, Bruder. Ja, da haben sie sie. Rettet die Dreckige. Oh nein. Oh Gott. Das nicht, das nicht. Greasy. Greasy. Greasy, komm zurück. Nein. Ja, wie geil. Ich war daneben. Greasy, komm zurück. Oh, drei, vier, yes, yes, aber nicht alles, nur ab und ran. Rein in die Holger. Oh mein Gott. Ab zu tötet, ab zu tötet. Ab zu tötet, ab zu tötet. Wie hässlich. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so.